Hallo meine lieben Sportfreunde auf MaverickTV, mein Name ist Maverick Berlin, das ist mein Sportexperte Mike Sarubione und eine neue Rubrik, in der wir euch herzlich willkommen heißen. Unter dem Titel Road to 100.000 Zloty. Am Anfang müssen wir eine Sache sofort hier erklären und zwar, ich erkläre euch um was es in der neuen Episode, in der neuen Serie auf MaverickTV geht und eine zweite Sache ist, Sarubione Mike, Mike Sarubione spricht nur Polnisch. Polnisch bedeutet, wenn er euch etwas erklärt und zeigt, wird es deutsche Untertitel geben unten. Also alle, die kein Polnisch verstehen, müssen dann lesen, wenn Sarubione Mike, Mike Sarubione spricht. So meine lieben Sportkameraden, und zwar werden wir euch täglich ein bis zwei Scheine präsentieren, die wir persönlich spielen, mit einer Bankroll, mit einer Gewinnseite, mit einer Verlustseite, die ihr jeden Tag live und aktuell mitverfolgen könnt. Und zwar ist Sarubione Mike ein Experte im Basketball, Handball, in vielen europäischen kleinen Ligern. Und wir haben immer eine Kombi, eine Zweier- bis Dreier-Kombi, wo wir uns festsetzen, wo wir sagen, das ist unser Schein als Verdoppler. Wir wollen eigentlich nicht mehr als verdoppeln, immer nur verdoppeln. Und zwar beginnen wir mit jedem Wettschein 100 Zloty. Ja, der Kurs, der Euro zu Zloty-Kurs ist 1 Euro, ist 4 Zloty 41. Blende ich euch nochmal ein. Bedeutet, ihr könnt euch das leicht dann umrechnen mit einem Taschenrechner, wie der Stand der Dinge ist. Ich werde also alles in Slottis hier oben einblenden. Gewinnseite, Verlustseite und auch die Scheine, die wir euch präsentieren, werden gezeigt, ja, mit wie viel sie gespielt wurden und was für Spiele drauf sind. Und die werden auch nochmal von mir eingeblendet, damit ihr das visuell auch nochmal alles richtig korrekt, sauber betrachten könnt. Und ich würde mal sagen, ich beginne mit dem ersten Schein am heutigen Tag, Freunde. Und der sieht folgendermaßen aus. Das ist mein Schein. Mit 100 Zloty wurde der gespielt, wie ihr hier sehen könnt. Stavka bedeutet 100 Zloty. Und jetzt lese ich euch nochmal meinen Schein vor. Und zwar ist die erste Kombi. Alborg gegen Sapo Razje. Handball Champions League. Da gehen wir auf den Favoriten auf Alborg. 1 mit einer 1,26er Quote. Dann spielen wir Molde gegen Ferencvaros in der Champions League Qualifikation auf zweites Team, also Ferencvaros, über 3,5 Ecken mit einer Quote von 1,45. Und unser drittes Spiel auf diesem Schein ist aus der Liga der Föhrerinseln. T.B. Tvoriori gegen N.S.I. Ruh Navig. Minus 4,5 Treffer. Das unter 4,5 Treffer fallen werden mit einer 1,29er Quote. Insgesamt ist es eine 2,36er Quote. Und das ist der erste Wettschein, meine lieben Sportfreunde. Der zweite Wettschein kommt von Zarobiony Maik auf Polnisch. Alle, die kein Polnisch verstehen, untertitel. Proszę bardzo, bitte. Hier ist Maik Zarobiony. Hier sehen wir meinen Wettbewerb. Und den Kupon. Pierwszy mecz Olympiakos Amonia Nikosia. Druga drużyna powyżej 2,5 rzutów rożnych. Legia Warszawa Toruń w Koszykówkę. Legia Warszawa kwota 1,38. Apolon Limassor, Leg Poznań powyżej 3,5 żółtych kartek. 1,33 kwota. Całkowity kurs 2,62. war. Das war der zweite Schein, meine lieben Sportfreunde, hier nochmal eingeblendet von Sarabione Maik und zwar sind das unsere zwei Wettscheine für heute. Wir schauen, wie die Scheine heute verlaufen werden und morgen wird dann die Gewinn und Verlustseite natürlich aktualisiert und morgen geht es mit neuen Scheinen dann weiter, denn wir sitzen dran mit einem Experten-Team und analysieren wirklich alles. Dazu habe ich mir Sarabione Maik ins Boot geholt und wir sind am Start und wir bedanken uns bei euch mit jedem Daumen hoch, dass ihr uns unterstützt mit jedem Daumen hoch zeigt ihr uns, dass ihr euch genau diese Videos wünscht, dass es jetzt so weiter geht und wir erwarten auf jeden Fall, dass ihr 500 Daumen hoch hier richtig davon ballert, also Daumen hoch, Daumen hoch wenn ihr euch diese Videos wünscht, denn wenn kein Interesse besteht, dann verschwinden wir wieder, aber wenn ihr euch genau diese Videos und ich weiß, ihr wünscht euch diese Videos, dann meine lieben Sportfreunde, Daumen hoch, dass es hier Tag für Tag immer neuen Stoff, neues Material und neue Videos von Sarabione Maik und von Maverick Berlin gibt. Wir bedanken uns für die heutige Folge, dass ihr reingeschaut habt. Sehen uns morgen wieder. Das war Sarabione Maik, ich bin Maverick Berlin. Peace, Alter und Ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah!